Jetzt noch mal eine kurze Ansage. Dieses Mikrofon ist tatsächlich offen. Hier kann jeder, der möchte, kann hier seine Meinung sagen. Es wird hier nicht zensiert oder vorher gefragt, nach was willst du denn reden. Hier spricht jeder verantwortlich für sich selber. Und so, wir haben auch zwei Mikrofone, wir können also auch in den Diskurs gehen. Das ist eine wunderbare Sache. Es gibt nur drei Grundregeln. Gewaltfrei, jugendfreundlich und im guten Ton. Und dann könnt ihr direkt hier ans Mikrofon gehen und bis zu sechs Minuten eure Meinung sagen.